Hückelhofen, mit Reaktionen wie diesen hat Kalanta Wollny, 23, bestimmt nicht gerechnet. Eine vermeintlich harmlose Instagram-Story bringt die Tochter von Familienoberhaupt Silvia, 59, nun in Erklärungsnot. Erst vor wenigen Tagen hatte die Mama der kleinen Püppi fernab des eigenen Fleisch- und Bluts kryptisch über eine mysteriöse Erkrankung gesprochen. Eine Anhängerin wollte während einer Fragerunde auf Instagram wissen, ob sich Kalanta noch einmal vorstellen könne, Mama zu werden. Wollen schon, nur können nicht, lautete die kurze Antwort. Jetzt muss sich die 23-Jährige allerdings mit weitaus heftigeren Themen herumschlagen. Nach einer Story muss sich die Mama der 5-jährigen Kataleja den Vorwurf gefallen lassen, eine Alkoholikerin zu sein. Zu viel für den Wollny-Sprössling, der prompt zum verbalen Konter ausholte. Doch woher stammt der Verdacht? Es ist lustig, wie ich für meine Story von gestern Abend verurteilt werde. Geht ihr nie mit Freunden aus? Und weil ich einmal was getrunken habe, ist es gerechtfertigt, dass meine Tochter nicht bei mir ist? Wollte Kalanta wissen. Kalanta Wollny attackiert eigene Fans? Einmal in Rage getippt, hielt es die Nicht-Türkei-Auswanderin kaum noch im Sattel. Bin kein Alki, also schild mal eure Nats. Außerdem war Wochenende und da ich sowieso weiß, dass die Chance, die Kleine noch einmal zu sehen, sehr gering ist, kann man sich auch mal versuchen abzulenken, anstatt immer traurig zu sein. Zum Abschluss hatte sie dann noch einen Kessentipp für die Hater innerhalb ihrer Community parat. Heult leiser. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass Kalanta mit ihrer Story für Aufsehen sorgte. Gerade einmal vor wenigen Wochen ließ sie einige harte Vorwürfe gegen ihre Familie, insbesondere Bruder Jeremy Pascal, 26, vom Stapel. Scheint so, als könne sich die junge Mama kaum einmal richtig zurückziehen, ohne dabei Stress und Ärger vom Zaun zu brechen.